Kennen Sie diese Nudeln? Haben Sie die schon mal gegessen? Die macht mein Sohn immer. Da riecht immer die ganze Küche nach Kotze. So richtig abartig. Ich hab gesagt, da muss ich die natürlich auch mal probieren. Uuuuua! Wie Roman Reigns musste da mal. So, jetzt sind wir hier angekommen im historischen Rosengarten. Gleich gegenüber vom SBR-Gebäude, was ihr da hinter mir seht. Das haben wir nämlich da. Und da ist auch Udo Snag in der Nähe gewesen. Und hier seht ihr mal den Rosengarten. Richtig genial. Wunderschön. Und da wollen wir jetzt hin und noch ein paar Aufnahmen machen. Beziehungsweise noch ein paar Takes drehen. Part. Irgendwas. Das hat damit zu tun, wo wir die Tage waren. Hat alles hier heim. Das seht ihr dann, wenn er jetzt soweit ist. Der Iswoh macht sich schon mal nackig. Komm, zeig mich die mal an, was mir war. Hier zur Begrüßung. Gibt es auch gleich noch ein Bierchen. Das steht schon hier für die Leute am Empfang. Meckert doch nicht die ganze Zeit rum, alte Zippe. Ich zeig doch gar nichts von dir. Und seht ihr das? Da geht die Treppen hoch. Richtig genial. Nostalgisch. Bruder. Ich würde ja gerne mal zu dem Brunnen da hinlaufen, aber dann dreht er Ismo wieder komplett durch. Also bleibt mal lieber hier stehen. Machen gar nichts. Und das ist so schön hier. Ich sag's euch. Da ist der Brunnen. Wenn ihr Durst habt, könnt ihr da reinschlotzen. Jetzt sag ich immer zu schlotzen wegen Ismo. Und da ist das Gras. Das ist das weichste Gras. Das habe ich je gesehen. Das weichste Gras, was ich je gesehen habe. Da wirst du schon zum Sido. Da musst du dich schon in das Gras reingucken. Und dann wrapsst du die Parts, Bruder. Aber guck dir das an, wie weich das ist. Das ist so das weichste Gras der Welt im Rosengarten. Habt ihr nicht gesehen. Und wir haben noch eine Überraschung für euch. Oh, der ist kunst sogar aufstehen. Der Dicke. Richtig krass. Denn der Pastor vom NAR-Battle ist auch da. Seht ihr das? Da liegt er schon wieder. Da die Flaschen. Was ist da los? Immer am Trinken. Mal hier. Bags hat er hier getrunken. Richtig genial. Da die Füß. Die Füß sind auch noch da. Und das ist Leben. Das ist Stuttgart. Das ist eine ganz andere Mentalität bei den Leuten hier, sage ich euch. Und das war es von mir. Denn als nächstes müssen wir immer noch ein Rate machen. Und noch zum Pizzarestaurant. Die beste Pizza der Welt probieren. Sagen zumindest manche Leute. Wir testen das aber aus und melden uns dann zurück. Ach du meine Fresse. Guck dir das an. Da habe ich noch mein Handy verloren. Zum Glück bin ich ja süchtig und muss alle 5 Sekunden gucken, ob ein Pokémon in der Nähe ist. Dass ich das direkt bemerkt habe. Wie es aus der Hose rausgekrochen ist einfach. Aber ja gut. Das war es aber jetzt. Von meiner Seite aus. Vom Brunnen seiner Seite aus. Vom weichen Gras seiner Seite aus. Was fliegt da schon wieder rum? Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.